Ich weiß, wir werden entdeckt, weil da unten noch einer rumgeistert, das ist... Hä? Hä? Ist er jetzt dumm? Wir haben aber... Die ziehen schon ordentlich ab, halten zwar nichts aus, aber... Die ziehen schon was ab, das finde ich ganz nett. Muss ja auch irgendwie ein bisschen schwieriger sein. Toll, ich bin immer noch entdeckt, diesem einen, der da runtergefallen ist. Wer hat mich da gerade abgeschossen? Wer seid ihr ja? Das ist jetzt auch vorbei. Nein, nein! Okay, ich wollte noch looten. Juhu, jetzt kannst du da runterfallen. Da war ich gerade wieder unsichtbar und dann... Sowas. Ihr habt euch das nur eingebildet, keine Sorge. Nein, ich brauche die Waffen. Der eine ist schon wieder weggekommen. Du hast nichts gehört, keine Sorge. Uh, Salz. Und weg ist er. Es läuft langsam ziemlich gut mit dem Schleichen. Mag ich. Mag ich sehr. Was ist das hier? Ist das irgendwas Tolles? Was es auch ist, ich kann es nicht mehr hin. Ich kann am Heuhaufen schlafen. Nö, nö, du. Ich roll mich lieber so ein bisschen hier rum. Ist hier noch jemand? Ist das eine Schmiede? Cool. Uh, kriege ich das hin? Ah, nicht ganz. Kriege ich aber noch hin. Na, weiter oben. Jawohl. Jawohl. Jawohl, genau. Jawohl. Goldener Diamantring. Feucht. Ah komm, wir benutzen die Schmiede mal. Kannst schon viel aus Pelz herstellen. Fällt mir gerade auf. Stahl. Leder. Schmuck können wir, glaube ich, sehr viel herstellen, weil wir sehr viel Gold auch haben. Muss mal gucken, auf jeden Fall. Nichts Tolles, nur die normalen Sachen kann man herstellen. Ich gucke mal, wie viel das hier kostet. Oh je. Wir bringen beide ungefähr gleich viel. Aber wenn ich zwei von denen kriege, sind das zusammen 150 an Wert. Und das ist nur 120. Deswegen macht das mehr Sinn. Boah, damit kannst du geile Schmiedekunst leveln. Wir hatten ja in der letzten Folge, war das glaube ich. diese Goldmine gefunden. Ja. Habe ich noch immer kein Level erreicht gerade? Ne, tatsächlich nicht. Das ist aber komisch. Da kann ich noch nichts verbessern. Oder was ist das da oben? Ne, da kann ich noch nicht verbessern alles. Gucken wir mal hier weiter. Schmiedekunst wollte ich mal gucken. 60. Achso. Elfenrüstung verbessern. Ich brauche das hier eigentlich. Damit ich meine dunkle Bruderschaftsrüstung verbessern kann. Ja, das ist ja noch ganz schön weit weg. Hm. Ich könnte auch einhändig verbessern, dass ich da ein bisschen stärker bin. Ja, ich denke, das werde ich mal machen. Muss ja auch mal sein. Ach, in der Truhe waren wir gerade schon. Hier noch irgendwas cooles? Sollte mit der Ischen hier reden. Hi. Ist da jemand? Ja, aber natürlich ist da noch irgendjemand, der mich auffliegen lassen könnte. Nein, ich bin hier nicht. Ich bin nicht hier. Juhu, juhu. Oh, da ist noch jemand. Okay, dich kriege ich tot. Der hat mich zum Glück nicht bemerkt. Da war nur noch dieser eine noch. So. Was hast denn du hier Schönes noch? Ach, nur ein Bogen. Der muss hier irgendwo sein. Ach da. Hi. Ach, ich dachte schon, wer... Ach, das war die Ische da, die mich entdeckt hat. Ich habe mich schon gewundert. Bevor er sein Zeug ziehen konnte. Hey, Leblab. Gesundheit. Nein, ich musste nicht niesen. Wenn wir noch zwei Schleichen haben, dann könnte ich das schon wieder verbessern, aber... Hm... Ich glaube, wir machen Einhandwaffen verursachen 20% mehr Schaden. Jawoll. Passt ganz gut, eigentlich. Kann ich dich beklauen, sag mal. Die hat nichts. Ach, die ist ja auch gefangen. Ja, gut. Mach mal wieder so. Ach, das Mann. Seid ihr hier, um mich zu ermorden? Ja, eigentlich schon. Wollt ihr den mächtigen Logolf töten? Jaaa! Solange er gefesselt und wehrlos ist. Ich will dich immer töten. Ich bin hier, um euch zu retten. Retten? Hahaha. Niemand wusste, wo ich bin und wann ich gefangen genommen wurde. Wer hat euch geschickt? Ein ganz besonderer. Boethe hat mich geschickt? Warum? Ich sollte Boethe sprechen, oder nicht? Ach, nee, ich sollte mit dem Priester von Boethe sprechen. So war das. Entweder kann ich versuchen, ihn anzulügen mit Boethe hat mich geschickt, oder ich sag direkt, dass der Dedra mich geschickt hat. Ich denke, wir werden versuchen, ihn zu überreden. Die Dunkle Herrin? Euch geschickt? Jaaa. Und jetzt erzählt mir nochmal den von dem Troll, der kleinen Jungen und Mädchen geschenkt gemacht. Okay, scheint wohl nicht zu klappen, dann muss ich ihn wohl einschüchtern. Ach. Der König der Korruption schickt seinen Boten, um mich herauszufordern. Immer doch. Sehr schön. Ich werde mich mit Monag Baal treffen und seinen Altar in Boetheas Namen anbeten. So wie früher. Macht mich rutsch, Scherge des Gehassten. Ich muss nach Markhardt. Hier, lass mich diese Fesseln lösen. Endlich frei. Und jetzt geht mir aus dem Weg. Ich habe etwas zu erledigen. Okay. Du wirst dich jetzt wahrscheinlich nach Markhardt begeben, ne? Okay. Dann werde ich jetzt, äh, erstmal die gespaltenen Türme hier entdecken. Ach. Ich wusste nicht, dass es da wieder Gegner sind. Ich verstecke mich. Verstecken, verstecken, verstecken. Ach, ich dachte schon, das wären hier Menschen, ey. Okay. Okay, langsam wissen sie nicht mehr, wo sie nach mir suchen sollen. Sehr gut. Warte, bin ich wieder versteckt meine ich, nicht entdeckt. Dann kann ich ja jetzt da hoch die alle töten. Ey, ich bin durch. Dieses Spiel. Es macht mich fertig, du. Macht mich fertig. Was ist das hier? Mann, nein. Das ist schon gespaltene Türme. Ich wollte nicht stören. Oh, ich dachte, da rutscht jetzt den ganzen Weg darunter. Schade. Sah nämlich lustig aus. Da geht's in die gespaltene Türme rein, aber ich guck mich noch ein bisschen um. Da ist noch jemand. Hallöchen. Und tschüss. Zorn des roten Adlers. Hm. Dornherz. Schlüssel zum Rotadlerturm. Rokisches Schwert der Flammen. Boah, das ist gut. Roter Adler-Ritual. Löse das Geheimnis vom Grab des roten Adlers. Hm. Okay. Noch eine Quest für uns. Oh, ich will mich auf den Thron setzen. Fuck yeah. Ich bin cool. Ich bin voll der roter Adler und so. Ich weiß jetzt nicht. Ist das jetzt die Frage, ob wir... Direkt mal rein wollen hier, oder? Oder geht's hier? Ach, da geht's hoch. Ja, okay. Legende des roten Adlers. Na, das ist viel wieder. Boah, ist das viel. Hahaha. Also wer allein die Bücher liest, ne? Alle von Skyrim. Der hat da schon ein paar Jährchen mit zu tun. Also nicht Jährchen, aber... Das dauert schon ganz schön lange. Ja, scheint als würden wir jetzt erstmal diese Quest machen. Äh, machen wir das solange wir mal hier sind. Verschiedenes ist das. Äh, Geheimnis vom Grab des roten Adlers. Dafür muss ich da hinten hin, irgendwie. Hier geht's noch höher. Schädigtes Buch, ne? Wolle ich nicht. Hier hochsliden erstmal. Na, 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 na. Was ist denn hier los? Toll. Kann ich da rüber? Yeah, cool. Das bringt nur herzlich wenig. Ach, hier. Ah, okay, das hab ich gesucht. Oh, die Vorwärtsrolle hilft einem so weiter. Das ist... Dann ist man nicht so langsam im Schleichen-Modus. Wird ja wohl... Wird ja wohl kein Problem sein, die hier zu öffnen. Sag ich ja. Och, Krescher Pfeil. So. Ist da hinten noch was? Ja, ich glaub schon. Oder auch nicht. Toll, was hat das jetzt gebracht? Ich muss... Wir wissen, wo ich dafür hin muss. Hallo? Ach da! Oh, ich bin so blind. Rebellengrab. Hier komm ich schlecht runter, gerade. Ja, hier. Das geht. Ist hier noch was? Nee. Weiter geht's. Ich glaub, diese Türme waren auch nur dafür da, dass man hier von Berg zu Berg kommen konnte. Da war was. Kleiner Seelenstein nehme ich auch mit. Hier runter ist hier noch was. Türriegel. Ah, ja. Das muss man so machen, anscheinend. Hier ist nur ein Trank. Verzauberers. Dann gehen wir mal da hin. Hey, Stein, lass mich. Entschuldigung. Das muss manchmal sein. Das sind bestimmt wieder irgendwelche Leute hier. Kann ich mir richtig vorstellen. Rebellengrab. Wie komm ich denn da rein? Hier ist hier niemand. Dann bin ich mal vorsichtig und dann ist hier niemand. Ich hab wohl Wölfe gehört. Oh. Ähm. Immer mit der Ruhe. Erklärt euch. Deine Zeit zum Reden. Wenn ihr mich bestehlt oder betrübt, töt' ich euch. Das meine ich ernst. Was wird das denn jetzt? Hallo. Rückzug! Was geht hier ab, ey? Was ist hier los? Oh. Warum kommen hier so viele Wölfe? Auf einmal. Habt ihr eben jemanden vorbeilaufen sehen? So ist gar überbewehrtet. Äh. Ich nehme an. Nein. Ich habe niemanden gesehen. Solltet ihr ihn sehen, dann greift ihn euch und ruft mich. Der Bastard hat mich gestohlen. Ja. Mal sehen, wozu ihr fähig seid. Da ist der Flüchtling. Ach, ich glaube, ich töte den mal. Komm, wir töten dich mal. Wir sind böse. Ihr seid hier gelassen? Ja. Ja. Der hat aber viel auf dem Kasten. Ich stehe auf eurer Seite. Hey. Passt ein bisschen auf. Ich will gucken, ob der mich entlohnt. Herr Flüchtling. Finde ich immer ganz nett. Na du? Deine Zeit zum Reden. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Das meine ich ernst. Du hast doch nichts. Was soll ich von hier haben wollen? Ja, du bist ein Flüchtling. Ganz toll. Aber ich habe den jetzt getötet. Oh. Hängen geblieben. Kein Spaß. Was haben wir denn hier Schönes? Ähm. Elfenhelm der Veränderung. Veränderungszauber kostet 15% weniger Magika. Toll. Ist ja auch nicht wirklich dufte. Oh, da kommt ein Nieser. Ähm. Mal gucken, ob er kommt. Ne. Ist wohl da geblieben, wo er war. Nein. Skyrim hat keine Rückmeldung mehr. Spaß. Mhm. Ich teste gerade ein bisschen die Qualität. Waffenhalterung. Naja, okay. Waffenhalterung. Cool. Was? Was ist das? Achso, das Schwert haben wir ja gekriegt. Genau. Zorn des Roten Adlers. Ah. Achso, okay. Das macht Sinn. Okay. Dann werden wir uns mal hier umgucken ein bisschen. In einem Grab. Obwohl es jetzt schon recht dunkel ist. Okay, hier nicht mehr. Uiuiuiuiui. Was ist denn hier los? Hallöchen. Krasser Scheiß. Hat er sich schön begraben lassen. Der Rote Adler. Wer auch immer du bist. Rote Adler. Sind hier Feinde? Skelette auf jeden Fall. Ein beschworenes Skelette. So. Boah, der hat den Haltrang mit. Das. Boah, hab ich mich erschrocken bei dem Sound, ey. Da ist einer. Ich kümmere mich erst mal um den da. Ich kümmere mich. 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 Hm. Wow. Hi. Hi, Rote Adler. Alter. Du, der hat mich entwaffnet. Der hat mich tatsächlich entwaffnet. Ich bin mein Dolch wieder. Toll, nu. Kann ich meinen Typen nicht beschwören, sag mal? Oder ist das ein Schrei? Ah. Hey, cool. Alter, der hat was auf dem Kasten, Alter. Nein, hat er nicht. Alter Schwede. Der Typ ist krass. Lass mich in Ruhe, ey. Habe ich meinen Elfen durch jetzt irgendwie nicht mehr, oder wie? Ich meine, mein... Eben... Hallo? Ich will mein... Ich will mein Eben-Erzdeutsch wieder haben. Ich gucke mir mal eben an, was hier noch so schönes drin ist. Amulett von Mara nehme ich mit. Hi. Nein, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Das ist der Krass, ist der stark, ey. Wir kommen mal wieder, wenn wir hier was Dolles haben. Der hat mir mein Eben-Erzdeutsch weggenommen. Gut, ich hab das jetzt wieder zugemacht. Gott, oh Gott, oh Gott.